Mal gucken, was haben wir noch? Ähm, wir gehen mal weiter runter. Das sind die etwas teureren Shaders, sagen wir mal. Die kann man sich alle im Internet runterladen. Müsst ihr euch mal die Mühe machen, ein bisschen zusammensuchen. Hochstellen zum runterladen kann ich die leider nicht, weil das sind ja nicht meine. So. Aber die findet man. Wenn man einfach mal Shaderpacks eingibt, dann findet man so viele. Äh, da war noch hier, der war noch da und da war dann bei Light, da weifen die wieder ordentlich mit, aber die FPS-Zahlen ist eigentlich, komm, das lassen wir jetzt mal Light drinne. Da sind wir bei 60 und wir haben einigermaßen Dings, obwohl der ein bisschen dunkel ist, aber das ist jetzt erstmal wurscht. Wir wollen jetzt hier Ach Gott, jetzt läuft das ja, oh ja, ist das flüssig, ist das flüssig, ah, ist das flüssig. Ich weiß ja gar nicht mehr, äh, 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 der bewegt sich jetzt viel zu schnell. Bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Huh, 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 huh. Obwohl man eigentlich auch die ganze Zeit mit 30 FPS aufnehmen, aber es macht dann wohl doch einen Unterschied. Also, man merkt den Unterschied bei so ein Spiel wie Minecraft auch ganz schön gewaltig. Zwischen 30 und 60. Ich hab jetzt gesagt, bei Battlefield fällt es eher auf, aber auch bei Minecraft fällt es auf. So, wo sind denn, da, ein Uzelon. Pssst. Mietz, 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 mietz. Nicht verschrecken, die hauen doch so schnell ab, hab ich gehört. Ja, das ist Uzelon. Pssst. Wir haben dich. Wo bist du hin? Hä, wo ist es hin? Hallo? Da. Putsch, 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 putsch. Essen die noch Fisch? Die essen doch noch Fisch, oder? Warum rennt denn das weg? Hier, Uzelon, bleib mal stehen. Ich hab Fisch. Mietz, 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 mietz. Komm. Guti, 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 guti. Komm. Guti, guti. Was willst du in der Wüste? Guck mal, Uzelon, ich hab Fisch. Ah, da kommt. Komm, 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 komm. Mietz, 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 mietz. Mietz. Da haben wir ihn. Da. Na. Was? Das hat doch Herzchen. Wieso bist du nicht mein Uzelon? Gut, bleib stehen. Ja, hier, den Fisch fressen, aber dann nicht meine Katze werden. Was ist mit dir los? Bleib mal stehen. Hallo. Was sind die? Warte, 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 warte. Hab ich was verpasst? Mietze, bleib stehen. Hallo. Das gibt's doch nicht. Bleib stehen, Katze. Komm, 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 gutti, gutti, gutti. Komm, gutti, gutti. Katze. Katze, bleib stehen. Das gibt's doch nicht. Wie geht denn das? Ich hab noch nie einen Ozelon getamed. Traurig, aber wahr. Also so rennt's weg. Ich muss schleichen. Das ist ja schon mal klar. Aber dann hol ich das hier ja nicht ein. Bleib stehen, du blöde Katze. Ich mach dich kaputt. So, jetzt. Jetzt aber, jetzt aber. Ruhig, bleib doch ruhig. Was ist dir los? Hallo? Stehen. Du kriegst ja gleich einen Herzinfarkt. Ah, Hilfe, Hilfe. Wir müssen sie einschläfern, Tom. So, jetzt aber. Bleib doch mal stehen. Katze, jetzt. Hier. Katze, bleib hier. Oh. Naja, komm. Die war wohl doch ein bisschen doof, die Katze. Und ja, dann hat sie das auch irgendwie. War besser so. Weißt du? Das war besser so, weil die war dumm. Die Katze war dumm. Und die hat ihren eigenen Schwanz gejagt. Und Katzen, die sowas machen, die überleben nicht lange. Und deshalb musste die Katze jetzt. Die musste jetzt. Die schläft nur. Die, die schläft nur. Die ist gar nicht. Die, die, die schläft nur. Die macht nur ganz kurz heier. Die kommt bald wieder. Irgendwann. Ne? Nicht traurig sein. So. Ähm. Ja, hoffentlich war das jetzt die einzige, die hier rumläuft. Das wird nämlich schon wieder sagt, denn ich hätte gern Uzelot. Ich hab irgendwo zwei Fische. Ich hab gedacht, die hat auch schon Herzchen gehabt. Wieso, sag mal. Ich hab gedacht, wenn die... Hm. Ich hab gedacht, ich hab gedacht, ich muss die füttern. Dann kriegt die Herzchen und dann gehört die mir. Warum ist die denn nicht mir gewesen? Mein Uzelot, bist du tot? Komm zurück. Ich vermisse dich. Ich brauche dich. Mein Uzelot. Mein Uzelot ist tot. Ich war so froh, als ich es traf. Dass es zwischen den Augen waren, war nicht mit Absicht. Mein Uzelot ist tot. Es wird dunkel. In der Nacht. Was ist hier los? Ich sehe nichts. Kein Uzelot. Denn alle sind tot. Mein Uzelot ist tot. Ich... Ess lieber Brot. Wo muss ich hin? Ich verkrieche mich lieber auf einem Baum. Hab ich mir gerade überlegt. Es ist so dunkel. Das Uzelot ist tot. Uzelot ist tot. Komm zurück zu mir. Ich hab Lust auf ne Flasche voll Bier. Das Uzelot ist tot. Ein Gespenst mit Knochen irgendwo klappert hier. Ich habe Angst. Lass mich doch in Ruhe. Ich such doch nur. Ein Ozelot. Das andere ist tot. Oh, eine Höhle. Eine Höhle. Eine Schlucht. Eine schluchtige Höhle. Du Arsch. Du Arschgeige. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Boah. Das war ja eben wie ein Gruselfilm. Wie sieht's hier überhaupt aus? Mit so Dingern dran und so. Da. Das steht immer noch da. Du Sauberzen. Ich hab gerade, du bist runtergefallen. Ha. So, Freundchen. Ne, da. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Muss ich jetzt mal hier markieren, sodass ich das wieder finde. Wenn wir am nächsten Tag zurückkommen. Jetzt hätte ich mal gerne ein Ozelot. Ein Ozelot. Was war das? War das ein Schatten? Ich sehe schon Gespenster. Wo ist der Mond? Ich kann ihn nicht sehen. Ozelot? Hilfe. Wo seid ihr alle? Ich habe Angst. Pilze. Versperren mir den Weg. Dieses Grauen. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Oh mein Gott. Sind alle Ozelote weg? War es das einzige Ozelot? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Woher kam der Schuss? Von da unten. Aus dem Wasser. Die Navy Seals sind hinter mir her. Stell weg. Puh. Ha. Pam. Hey, hör auf zu schießen. Hey, ich will auf dich drauf springen. Hör auf. Hey, setz das. Ja, du Sauwarzen. Puh. Ich höre eine Höhle. Aber kein Ozelot. Ich schwimme an Land. Versuche mich erst mal in Sicherheit zu bringen. Bis das nächste Lied einsetzt. Puh, ha, ha, puh. Alles so grau hier. Es ist aber auch Nacht. Wir gehen jetzt erst mal hier hoch. Ohne Ozelot. Denn das ist ja bekanntlich doch tot. Oh, Ozelot. Ich muss da rein. Ich muss da rüber. Ich muss ja irgendwas irgendwie da hin. Haha. Wir sind in Sicherheit. Da unten ist ein Geist. Was ja eigentlich scheiß Skelett ist. Aber Skelett reimt sich nicht auf Heid und Geist auch nicht. Deshalb ist das sowieso hinfällig. Ich holz jetzt diesen Baum. Einfach mal ab. Uau, 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 uau. Wir werden hier so viel brauchen davon. Hallo. Sieht cool aus irgendwie jetzt hier mit diesem Light Shader. Ist das ja, oder? Was haben wir da drin? Mal gucken. Da so. Äh, Light. Ne? Hier. Äh, S-E-U-S-V-Punkt, äh, V-C-Punkt-Null. Light. Zip. Wir können hier mal nur so zum Spaß und zum Vergleich mal den Ultra reinmachen. Ja, ist irgendwie nicht anders. Irgendwie nicht. Ähm. Wir probieren jetzt einfach mal Shader Packs rum. So, machen wir mal das da. Keine Ahnung, was für eins das ist. Einfach mal so random genommen. Da ist die Nacht nicht mehr ganz so grau. Da ist es... Wo kommst du denn her? Da ist es eher grün. So. Ähm. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich diesen Timper-Mod. Ach, guck mal, wer da unten steht. Der Herr Nachbar. Ja, mit diesem Timper-Mod könnten wir jetzt hier schön abholzen. Das wird jetzt hier ohne Mod ein bisschen schwierig, habe ich so das Gefühl. Aber wir können ja mal hier hoch und dann... ...holzen wir den Baum von oben langsam ab. Und wenn es wieder Tag ist, finden wir auch hoffentlich ein Rot-Zloot. Schöne Aussicht von hier oben hin. Kann man sogar bis zum Winter gucken. Vom Sommer bis zum Winter kann man hier alles einsehen. Super Aussicht. Super Aussicht. So, alles weg hier. Das brauchen wir alles. Alles, muss man alles mitnehmen. Alles einsammeln. Alles nie. Alles meins. Und hier kriegt gar nichts. So. Was ist das da? Ach ja, das ist die Dingens. Boomens. So. Jetzt erstmal hier ein Stück weit runter. Nächste Etage. Herrenabteilung. Unterwäsche bitte. Dankeschön. Und dann da weiter. Alles einsammeln. Alles abholzen. Alles mir. Alles meins. Und nicht deins. Oh. Pam. Äh. So, da könnten wir eigentlich auch mal ein Baumhaus drauf bauen. Aber wir haben ja schon ein Baum, der ein Haus ist. Also ein richtiges Baumhaus. Und kein Haus im Baum. Hab ich ja schon mal erzählt. Ja, jetzt darf. Ich wär beinah runtergefallen. Das war wagenmutig. Jetzt bin ich ja schon auf einem anderen Baum. Das wollte ich nicht. Huia, bleib stehen. Huah. Haiya, huah. So. So. Wir brauchen aber auch auf jeden Fall auch Setzlinge. Wir dürfen nicht nur von diesem Kram hier sammeln. So. Bäh, 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 bäh. Äh, weiter geht's hier. Pam, pam, pam. Wie mit dem Maschinengewehr. Da drüben wir auch. Alles weg, 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 alles muss weg hier. So, das müssen wir dann unten einsammeln. Dann müssen wir uns langsam beeilen, dass wir runterkommen. So, ducken, rüberlaufen. Und her damit. So, da komm ich nicht dran. Ja, mit dem Timbermod wäre das alles viel einfacher. Dann würden wir einfach unten einen Baumstand abhacken und dann würde der ganze Baum in sich zusammenfallen. Aber dann hätten wir auch die Blätter nicht. Die müssen wir dann einzeln holen. Wäre aber ja auch kein Problem gewesen. Und ich hoffe, wir finden nochmal einen Ozelot. Ich weiß nicht, was mit dem anderen da los war. Das war ja irgendwie doof. Das war ein behindertes Ozelot. Hallo. Wollen Sie, ähm, eine kleine Tour mit mir machen? Entschuldigen Sie. Hallo. Huhu. Ich bin der neue Nachbar. Kommen Sie mal ran. Ich hab Salz und Pfeffer für Sie. Hallo. Huhu. Mögen Sie mich nicht? Warum denn? Ich hab Ihnen nichts getan. Kommen Sie mal her. Huhu. Hallo. Huhu. Warum kann ich Sie nicht kaputt machen? Oh, ja, jetzt kann ich Sie kaputt machen. Hallo. Mann, was ist denn hier los? So, jetzt muss ich da wieder hoch. Und dann muss ich mal darüber die ganzen Dinger hier einsammeln. Zack, zack, zack. Oh Gott, oh Gott. Wieso denn da unten muss ich auch alles einsammeln? Alles mir, alles mir. Ficker weg. Meine Popel. Meine Popel. Puh, tata, die Sonne geht auf. Und wir sind voll. Ha, was haben wir da eingesammelt? Hier, Knochen. Braucht kein Mensch, Knochen. Wer braucht schon Knochen? Ich nicht. Selbst die körpereigene Knochen hab ich jetzt weggeworfen. Oh, da liegt noch mehr. Das müssen wir alles einsammeln. Alles einsammeln. Alles wichtig. Alles wichtig. Alles wichtig. Da, so. Komm her. Und da auch so. Hm, wunderbar. Wunderbar. Zack. So. B-di-di-di. So, und jetzt ist ja wieder Tag. Dann können wir wieder ein Ocelot suchen. Und das Interessante ist, ich mach einen neuen Shader rein. Dann ist die Frame Rate für 5 oder, sagen wir mal, für 10 Minuten knapp ungefähr doppelt so hoch. Und dann fällt sie einfach wieder auf 30 runter. Irgendwie ist mir das ein Rätsel. Ich hab so viel Schrott mitgenommen. Was das? Dirt. Was macht denn der Dirt hier? Mann. Der Dirt Nowotzki. Der spielt doch irgendwo Basketball, hab ich gehört. Und das ja keiner sagen soll, wir sind hier Umwelt-Gender. Machen wir hier auch. Wir haben ja einen Setzling. So. Äh, wo war'n das jetzt? Hier, ne? Ja, weil wir ja keine Umwelt-Gender sind, machen wir jetzt hier einfach einen neuen Setzling hin. Und zwar da. So. Müsst ja eigentlich ein großer Baum wachsen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen davon. Ein bisschen davon könnte eventuell langen. Jetzt gehen wir erstmal nochmal auf, ähm, Rocelot-Tour. Und ich hab mal gehört, also früher war das zumindest so, dass die sich gerne am Wasser aufhalten. Da hinten ist ja diese Höhle. Diese ominöse Höhle. Wie Bielefeld. Diese Höhle gibt's eigentlich gar nicht. Sie existiert nicht, aber trotzdem ist sie da. So. Du Höhle. Rocelot. Komm schon. Du bist nicht tot. Ich weiß es doch. Also hier werden wir auf jeden Fall auch noch irgendwas hinbauen. Da ist ein Rocelot. Da, 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 da ist es. Pssst, nicht erschrecken. Sonst rennt es wieder gegen Kaktus und stirbt jämmerlich. Da, komm, guti, 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 guti. Komm, guti, guti. Hey, ich hab doch reis gemacht. Mietze. Mietze, bleib hier. Komm, guti, 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 guti. Hä? Geplatzt. Wo ist sie denn jetzt hin? Hallo? Da ist eine Spinne. Hey Mietze, wo bist denn du jetzt hin? Die rennt lieb. Da, 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 da. Wo ist das? Da, da, da. Klingelt das Handy vor lauter Glück. Wo ist denn das Ocelot jetzt hin? Wo ist die Spinne? Ich hör sie doch. Hö, thu, ha, thu. Hier. Halt da. Huch da. Hä? Ja, muss unterirdisch sein, aber wo ist das Ocelot hin? Das war doch eben noch hier. Hör auf, mich zu verarschen, sonst esse ich dich. Ocelot. Deine Mutter ist tot. Wo bist du hin? Ich brauche dich so dringend. Ocelot, komm zurück, es gibt auch lecker Brot. Du doofes Ocelot. Da ist es nicht. Ocelot. Pssst. Da, 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 da kommt die Sims-Musik. Doch nicht. Ha. Äh, was ist das? Ein Baum. Hör, das ist ein Baum. Das ist kein Ocelot, das ist nur ein Baum. Aber irgendwie, ähm, kriege ich das nicht hin mit den Oceloten. Die sind ja sehr selten und dann auch noch scheu. La, 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 la. Ocelot. Ich laufe hier im Kreis. Wir gehen mal einfach jetzt mal woanders hin. Da geht's runter, da geht's hoch. Da geht's nicht hoch. Dann geht's da lang. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch jetzt mal so ein Vieh rumkriegen, ey. So ne Mieze, weißt du? Ich bin doch ein Miezen-Checker. Da, da, da ist es. Pssst. Das pinkelt grad gegen den Baum. Wir wollen es nicht stören. Jetzt müsste der Bear Grylt da sein. Da ist ein Ocelot. Wir müssen sehr leise sein. Ich probiere näher dran zu kommen. Aber sie sind sehr gefährlich. Mit ihrem Clown können sie dir die Augen auskratzen. Ich kann den Dialekt nicht nachmachen. Ich bin kein guter Stimmen-Imitierer. Ich kann nur eine Stimme imitieren. Und das ist meine eigene. Es war eben noch hier. Jetzt ist es fort. Da. Bärischer Bleckerfisch für dich. Komm zu mir. Dann kriegst du ihn. Wo ist es hin? Ocelot. Was ist mit dir nur los? Verarsch mich doch nicht so. Du Ocelot. Hallo Ocelot. Hä? Ihr habt es doch auch gesehen. Ich bin doch nicht verrückt. Ozi. Ozi Bozi. Kommen sie mal ran. Hä? Hä? Ozi. Wo ist es denn? Das gibt es doch nicht. Mann, 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 Mann. Immer diese Ocelotel. Tja. Wenn ich so Kinder hätte, würde ich auch gegen Kaktus rennen. Ich bin doch nicht. Hm. Depp, 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 deppel, 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 deppel. So, da waren wir schon. Aber wo ist denn jetzt? Das war doch eben noch hier, das Ocelot. So. Zeit für einen neuen Shader, wenn wir das nicht finden. So. Neuen Shader. Äh. Wir fangen einfach mal da an. Mal gucken, was der macht. Die Frame wird auf jeden Fall erstmal nach unten. Ja, läuft aber noch. Aber hakelig. Shader raus. Ähm. Machen wir einen Cartoon Shader. Oh Gott. Hilfe! Ich sehe ja gar nichts mehr. Oh mein Gott, was ist hier nur los? Ah, ist das ekelhaft. Cartoon Shader ist nicht toll mit dem Shader. Äh, mit dem Texturen-Paket zumindestens. Ach du Scheiße. Hauptsache alles haben dicke Linien. Und Ocelot. Aha, schnell. Einen anderen Shader. Äh. Nehmen wir das. Ach ne, das ist ja, das sind ja diese, die sind irgendwie alle gleich, die hier oben. Äh. Nehmen wir das. Das ist ja auch dasselbe. Das ist ja auch dasselbe. Komisch. Kann ich mir alle rausschmeißen. Den hier. Ziemlich viel Schatten. Oh, sieht ja scheiße aus. Aber egal. Wir wollen jetzt erstmal das Ocelot haben. Ich muss jetzt hier runterspringen. Jetzt ist es schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. War doch eben noch da. Da ist es. Hör auf, wegzulaufen. Ich hab nur noch zwei Fische. Hoffentlich schlangen die. Das eine Biest hat vier Fische, äh, drei Fische gefuttert. Hä? Hä? Bist du mich verarschen? Schon wieder weg? Was macht ihr mit mir? Also. Also, Ocelote fangen ist nicht meins. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da bin ich raus aus Rennover. Krieg ich irgendwie nicht hin. Was ist denn hier los? Ach ja, ich wurde auch in den Kommentaren gefragt. Hier, du klingst wie ein Hesse. Da habt ihr recht. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Da hinten ist es. Und wir sagen gerne des und nett. Ne? Des gehört mir nett. Oder des ist nett meins. So. So. Komm her, du Ocelote. Komm her. Ne, guck mal. Ich bewege mich halt. Ja, ich hab mich doch. Wieso rennt das denn weg? Ich schleich doch. Ich will doch im Schleichmodus. Ocelote. Psch. 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 Witz. 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 Jetzt renn doch nicht weg. Mist. Wenn ich schleich bin ich zu langsam um die einzuholen und wenn ich schlaufe bin ich zu laut um zu nah um näher ranzukommen. Da. Jetzt. Guck jetzt rennt es schon wieder weg. Warum denn? Ich schleich doch hier. Du scheiß Vieh. Ich bin kein Ocelotenflüsterer. Bleib stehen. Bleib stehen. Es wird doch gleich wieder Nacht. Ich will doch nur ne mieze Katze für die Nacht haben. Zu kuscheln. Bitte komm zurück. Komm, 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 es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, ja, es kommt. Ja, 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 meine Katze. Nicht mit der Schere mit dem Baum lieber. Ach, endlich. Endlich ne Katze. Ist das schön. Dann wird es Zeit für ein neues Shader Pack. Toll. Hat man das schon? Was macht das hier? Ja. Ja, 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 da macht sie miau mit den Herzchen, die so. Der Himmel sieht auch komisch aus. Okay, funktioniert auch nicht. Ich probiere da gerade mal nur so ein bisschen rum, ne, nur so aus Spaß. Äh, was macht das hier? Alter, da ist aber extrem viel Bump-Mapping. Mieze, 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 toll, wir haben eigentlich ne Mieze. Ähm. Was macht das denn? Oh, liebe Leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der Himmel ist immer so grau. Also, irgendwie passt nur wirklich diese, äh, ein, zwei Dinger. Das ist zum einen Dada. Und zum anderen ist es Dada. Dann machen wir davon einfach mal die Light-Version rein. Solange wir noch im Dschungel sind. So. Sieht ja ganz okay aus. So. Ähm. Hallo, mieze, wollen wir noch einen Freund suchen vielleicht, dass wir Kinder machen können und so. Da müsste ich aber erst mal angeln. Äh, ich hab auch keine Schnur. Also, kann man das vergessen? Mieze? Da, da, da stehst du. Ja, ich seh dich gar nicht vor lauter Grauheit. So. Ähm. Jetzt haben wir da so ein bisschen davon. Ähm. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Wir holzen mal hier noch den ein oder anderen Baum ab. Nur, weil wir es können. So. Nee, weil wir brauchen noch Setzlinge. Also. Davon brauchen wir eigentlich, komm, jetzt holen wir den Slot frei. So, da schnurrt sie, die Katze. Toll, wir haben eigentlich eine Katze. Huch, jetzt setze ich ja vor lauter schreckende Fackeln hin. Aber das können wir eigentlich mal machen. So, da kommt noch ein Setzling runter. Da wollte ich den Fackeln setzen. So. Und dann gehen wir zurück. Setzlinge. Her damit. Mieze, 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 Mieze. Naja, komm, wir gehen zurück. Ähm. Wo geht's denn lang? Da ist Wüste. Da müssen wir lang. Kommst du mit? Kleine Maus. Schön sieht das aus. Ja, Mieze, da ist ein, da ist ein, äh, da ist ein. Ich hab mal gehört, die sollen eigentlich die Creeper abschrecken. Äh, da bin ich mal gespannt. Mieze. Ja, nee, der kommt. Da, da ist er. Hallo. Und kaputt. Na, 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 wird's bald. Ja, jetzt rennt er wirklich weg. Hier bleibt man stehen. Jetzt müssen wir... Ja, hallo. Ey, wie unfreundlich. Puh. Da hör' ich. Mieze. So. Da hör' ich eine Spinne. Du spinnest wohl. Die Katze kommt hinterher. Ist das Feuer oder ist das Feuer oder ist das eine leuchtende Spinne? Ich weiß es nicht. Bei manchen Texturenpack leuchten ja die Spinnen hier so komisch. So, ähm. Schön sieht's aus. Da ist noch ein Creeper. Da bräuchten wir jetzt ein Bett hier drinnen. Das wär' eigentlich ganz cool. Da sind mehrere Creeperäts. Und wie wir eben gesehen haben, haben die tatsächlich Angst vor Katzen. Ja, weggerannt. Da oben ist unsere Burg. Wir haben es also... Aha, aha, überlebt. So. Äh, wir laufen mal genau auf das Skelett zu. Huh. Ha. Aus dem Windschatten des Kaktuses direkt in dein Gesicht. Alter, was hier wieder los ist? Da kommen die drei von der Tankstelle. Ja, ja. Einer nach dem anderen hier. Du kriegst es aufs Maul. Du kriegst es aufs Maul. Und du kriegst es aufs Maul. Also, hier ein Zombie kommt zelten alleine. Aber das ist ja auch so. So, jetzt langt's aber hier. Von hinten lasst du mich gar nicht gerne ankrabbeln. Vor allem nicht von verrottenden Fleischtypen. Nee, die Spinnen leuchten hier wieder so komisch. So, und wenn wir schon wieder hier sind, können wir auch wieder den teuren Shader reinmachen. Und das war dann da. Das war dann der da. Moment. So, runter, runter, runter. So viele Shaderpacks. Die kannst du, die brauchst du im Leben nicht alle. So. Hier leuchten nämlich die Fackeln ein bisschen mehr. Huch. Nee, das ist doch nicht der richtige Shader jetzt. Der ist ja seltsam. Ach, was da los ist. Guck mal, wie viele da. Also, wirklich. Ähm. Hier, ich muss die mal kurz durch. Entschuldigen Sie. Ich hab die Katze, die ich nach Hause bringen muss. Wenn sie mal Katzen haben, dann werden sie bestimmt auch das Vergnügen haben, irgendwann mal Katzen nach Hause bringen zu müssen. Ah, scheiße. Verschwinde. So, den haben wir weggebashed. Da, ich hör doch was. Zwei leuchtende Spinnen. Hallo, ihr kleinen Atomspinnen. Ha. Komm mit, Katze. Wir gehen rein. Hallo, Katze. Katze. Warte mal. Machen wir das so? Hä, so? Die spawnen doch bestimmt jetzt hier. Nee, tut sie nicht. Mieze. Wo sind die Mieze jetzt? Mieze, wo bist du? Ich hör dich doch, aber ich seh dich nicht. Hä? Ja, was? Hä? Ach, da ist sie. Toll, komm, da setzt man sich mal dahin. Schön. Jetzt haben wir eine Katze. Jetzt haben wir eine Katze. So. Ähm. Shader. Shader, 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 Shader. Das geht euch bestimmt schon auf die Nerven, die da wollten wir. Der ist ja ganz schön hell eigentlich für hier drin. Haben wir da. Ach, da ist ja auch auf hell. Aber da wird nicht viel dunkler werden. Naja. So. Ja, da draußen laufen die, äh, Typen rum. Die Frame-Welt schläft schon. Das heißt, wir legen uns jetzt auch gleich schlafen. Und dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich am Obholzwald. Bis dahin. Tschüssi. Ach, es geht nicht. Äh. Okay, wir gehen zurück. Äh, erst mal Monster verkloppen. Jetzt hänge ich hier in der Tür fest. Die Frame-Welt ist immer noch ganz unten. Ich hab wohl zu viel an den Shader rumgespielt. Ah, hey. Hallo, du. Äh, hallo. Was geht denn hier ab? So. Dass die Frame-Welt nicht eingeschnappt ist, müssen wir dann doch wohl wieder, äh, machen wir das mal rein. So. Mit Mauschen. Nicht mit Mauschen-Blur. Mit Tiefen-Umschärfen. Das sieht ja in der Nacht einfach ein bisschen schöner aus. Tach, schön. Ähm. Da war die Spinne. Das Skelett war ja auch noch irgendwo. Die Tür ist auf. Hey. Hallo. Mach ich dich so von hinten an. So. Weg ist er. Jetzt müssen wir bei Ei geschlafen gehen können. Die Kuh ist draußen. Freut mich für die Kuh. So. Wie sieht's aus? Wir wollen ins Bett. Ja, jetzt geht's. Dann sehen wir uns. In der nächsten Folge. Oder bis gleich. Je nachdem, wie ich schneide. Bis dahin. Tschüssi. Schön sieht's aus. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.